Da da! Ah, starten. So. Herzlaterna. Du musst dich ja wohl healen. Ja, ich häng hier auch ab zum healen. Was denn Jamalans? Ich weiß auch was. Kann ich auch immer. Vergiss nicht da einen Kupf Frisch zu essen. Gegessen. Gut. Was waren wir dann? Ne, ich bin noch nicht voll. Für die Devils dort Devlin. Äh. Da gibt's nicht sein Geld noch abzuleben. Falls wir da nicht sterben. In meiner Hand wird diesmal keine Buffs. Und jetzt den Gekel mal. Ja. Na gut, ich krieg noch einen Apfel. Ja schon. Hast du schon einen Trank genommen? Welchen Trank? Einen ganz normalen Halt. Ja gut, dann bring ich ihn halt, wenn du meinst. Ja, wir sowieso jetzt noch eine Minute gewartet hätten, bis du volles Leben hast. Ja toll, aber der Trank hat ja volles Leben erzeugt. Ich hätte es ihm von Anfang angenommen. Okay, sie kommt von hinten. Oh warte, ich muss meine Mundi noch durch wechseln. Hoch ist sowieso nicht, also das ist doch vollkommen immer anders. So. Aber wie schnell das geht. Ja. Ich muss aber einen Angry Tour fahren. Ja. Ja, irgendwo unten. Soll, die einzelnen Teile von der... Hä, was fliegt da rum, mal? Alter! Hä, oh, blöd. René Launcher, den haben wir doch schon. So ein Dreck. Na ja. Ein Tempel-Key, sehr cool. Was, ein Tempel-Key? Ja, der bringt jetzt sehr viel. Ja, dass wir nochmal einen Granatenwerfer bekommen haben, ist natürlich ein bisschen dünn. Aber das ist vollkommen ohne. Ich bin dran. Du hast ja keinen Bremen, das mache ich ja. Ich bin dran. Den haben wir dann sicher. Wie schaut, was ich auf das fünfmalen? Ich bin dran. Ich bin dran. da ist es macht das ist nach oben hat nur die Schäler gefahren was willst du das heißt dann weil ich habe ich hier gar nicht verstanden du atmest du verlaut manchmal äh, nein wenn du nicht redest nein nein ich atme fast gar nicht also ich hole Pantera und fort mich dann zu dir hä, was, da ist noch eine? hm ich laufe sie dir, ok sie verfolgt mich dann ich darf nicht zu weit weg gehen von ihr, sonst respawns naja, von unten kampfen jetzt rück zur Kampfplattform ich würde ja auch nicht ohne Obsidian Schild ist das doch bisschen so warum hast du keins an? bist du verrückt? ich habe gesagt, dass ich es nicht benutze äh wo rennst du denn jetzt? naja, mein Imp ist gar nicht mehr da weg weil ich da kann ich nicht sein weg, ich bin so blauat was ist denn so blauat? achinfarkt greffe ich gerade überhaupt? nein, ich kann sie nicht denken NICHT DOR MICHT DOR ACHER. NICHT DOR MICHT DOR ACHER. NICHT DOR MICHT DOR MICHT DOR ACHER. Das war, was war das, das war die Waffe? Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Nochmal Grenade Launcher. Er will die nichts anderes droppen. Anscheinend. Hä? Schmeiß da einfach hin. Ich muss noch Gegner fahren. Ja, super. Wenn man dann mal irgendwie derer machen. Warum nehme ich immer Bomben auf? Grotischeißdinger nicht. Lass mich den aufhängen. Hm. Jetzt haben die mich zu Stein gemacht. TTF, wie kann die 113 Schaden machen? Das war eine. Ja. 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 du mich genau da versteinen ich bin in deinen temple keys eingefallen hast du zugehört du denkst dir nicht what the fuck wie kann ich so genau treffen das da rein okay was muss man das zusammen kraft ein guide hey wo ist der guide also da das glaube ich jetzt nicht etwas bandage habe ich schon also ich weiß dass ich eine bandage habe aber ob das jetzt diese bandage ist also ich nehme an dass ich ein accessoire rausnehmen darf weil du die selbst für den tank benutzen willst oder du kannst ja ein bisschen farben geben vielleicht findest du ja welche wie eben das grüne grünen kasten den ich gefunden habe ich finde ich mal die andere bandage die wir haben machen wir jetzt nebenbei anders ich weiß dass wir welche haben ich weiß dass wir welche haben ich habe im kopf dass ich einmal den namen bandage gelesen habe also muss der hier irgendwo liegen da gefunden nein das ist er nicht das ist schon mal ein teil des angst blinkfood 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 ob es blinkfood äh blinkfood blinkfood alles Scheiße, ich kann mir diesen blöden Endless Water Bucket entgefallen hätten. Das ist nicht so ein Problem. Aber ich glaub du überflutest damit nur die Welt. Es gibt einen Reihungen höher. Ich glaub den hier brauchte man auch. Warte. Ich brauch nur noch EIN Teil, dann kann ich den Ding insobauen. Hast du echt schon so viel? Ich mein nicht den Ankh. Also das PDA. Also ich fand das PDA war viel einfacher zu sagen. Man muss ja einen Haufen davon einfach drauf. Ja, aber das Angeln. Du brauchst eh nur noch eins. Ja, das Problem ist aber, der will immer Fische haben, an die ich nicht rankomm. Ja, weißt du was du machen solltest? Machst jetzt viele viele Welten. Nein. Brennst jedes Mal zum Ozean, trägst du im Fischer was er will, holst es ihn, ziehst es ab und gehst in die nächste Welt und trägst dort was er will. Dann wird in jeder Welt was anderes wollen. Dann siehst du mal alles. Das ist der sinnvoll ist immer alles. Oder du machst eine Welt, trägst den Fischer was er will, baust ihm genau dort ein Haus, wo du das findest, baust dort ein riesiges Schwimmbecken und ein Bett, damit du dort spawnst, kopierst diese Welt hundertmal und kannst dann hundertmal einfach nur reingehen und die gleiche Quest machen und das ist einfach nur Like Cheat. Und du brauchst dann nicht mal 30 Sekunden. Das ist aber bloß so ein Like Cheat. Ja, deswegen immer eine neue Welt machen ist das faireste. Oder natürlich einfach 24 Minuten zocken, damit man die nächste Quest machen kann und gegebenenfalls, so wie heute, 24 Minuten warten, weil man kein Skylake hat. Warte, das stimmt gar nicht. Wir haben einen Skylake, sogar zwei Stück. Ja, wo denn? Die Dungeonrechts sind am Dungeon. Ist da ein Weg nach oben? Ich geb dir einen Gravitation Portion. Ich will dich nicht dafür verschwenden, da hoch zu gehen. Leute, ist gut dran. Zwei Stück. Ich hab gesagt, ich verschwende dich nicht, um da hoch zu gehen. Boah, Dennis. Geh zum Dungeon, fliegt da hoch, fertig. Was heißt verschwenden? Wann willst du ihn denn sonst benutzen? Gute Frage eigentlich. Gibt keinen anderen Verwendungszweck. Außer du, ich gehst auf Luftkämpfe gegen, keine Ahnung, wo das sinnvoll sein soll, aber... Luftkämpfe, cool. Ja, abgesehen davon, warum hab ich bitte diese Ninja-Scheiße an? Hä? Warum schmeißt du mich die jetzt zu? Ja, hatte ich an, keine Ahnung. Ja, du hast ja angezogen. Na ja, das ist mir schon klar. Wer sonst schmeckt ich. Wieso ist es heiß hier denn, dass ich sterbe? Wie du stirbst, du stehst doch hier. Ah, in reality. Wieso, nein, wieso nicht? Ich weiß. Ich sag das nicht mehr. Ich muss ein Fenster an den Türen. Ausgehen und gleich mitöffnen. Einfach schwitzen. Einfach schwitzen. Einfach schwitzen. Ich mach keine Sauna. Das ist recht, das ist bei mir zu Hause. Das Sauna ist doch gesund. So, ich wollte die da haben. Ich bin zu Rekord schon wieder geknackt. So, wie farb ich ihn jetzt dabei? 18, okay, das wird reichen. So. R. R. Seit wann ist das Teil auf der anderen Seite, lol? Jetzt breitet sich die Dingens auch noch auf der anderen Seite aus. Welche andere Seite? Ja, die andere Seite. Gibt doch nur zwei Seiten. Ja, rechts von unserem Haus ist doch noch nichts. Na, äh. Bist du eigentlich nicht? Ja, rechts. Ah, da rechts bist du. Und was breitet sich dort aus? Ja, von unserem Haus aus. Da ist schon was. Ja, das kam davon, weil wir da unten das Schwimmbecken infiziert haben. Ah, voll. Dann ist es schneller nach rechts gegangen. Und ich renne. Weil da da im Hintergrund immer noch Erde ist und der konvertiert sich anscheinend auch nicht. Ähm, du meinst jetzt da unten, ne? Ist das Erde mit Steinen drin? Ne, ne, das ist dort wohl. Okay. Äh, verstehe ich aber nicht, warum ich das noch garantieren möchte. Das ist ja nicht die komplette Hintergrundwand, sondern der Vorwand. Wenn wir die abbauen, würden wir es dahinter garantiert auflegen. Der Rinder wäre wahrscheinlich Himmel, weil das noch zu weit oben ist. Bist bald da. Kannst dir fragen ruhig, Schabrin? Ne, der Franklinger. Kannst du das noch nicht machen? Mhm, dann Flying Einhorn auf den Kopf, oder was? Flieg hoch, Dennis, flieg hoch. Was, jetzt schon? Ja, warum nicht? Das müsstest du schon finden. Nach rechts. Hä? Warte, rechts ist jetzt andersrum, äh. Äh, au, du bist doch aber ganz oben. Du reportest dich auf meiner Map. Du bist jetzt fast da. Jetzt bist du dort. WTF? Hast du keine Zeit gehabt, oder was? Und der ist größer als der andere. Keine restliche Linke. Warten Sie auf der Insel bleiben. Okay. Okay. Wir gehen gerade leicht die Gegner auf den Sack. Gibt es ja irgendwo einen Ort, wo man sich gut verstecken kann? Oh, guck mal. Ich könnte hier angeln. Durch eine Quest. Oh, das ist er schon. Geil. Das macht's ganz sinnvoll, dass ich hier hochgegangen bin. Man prüßt in diese Pille gegen die Pixels. Oh, jetzt krieg ich dieses lächerliche Bild. Wo häng ich das am besten hin? Keine Ahnung. Bild von einem Piratenschiff, ja. Kein Platz dafür hin. Okay. Ein schönes Bild, aber das hab ich schon. Egal. Egal. Was mit der blöden... Meintest du nicht so, weil es könnte uns irgendwas besseres geben? Nein, nein. Ja, leider schon. Er will nur nicht. Hast du heute nicht so'n Glück, oder? Eine Questweifel. Also es ist ein weißer Fisch und ein weißer Fisch. Hä, wie Questweiter. Was? Eine Questweifel? Du hast grad was von Questweiter gesagt und, äh, weißer Fisch. Ja, genau. Hä? Aber hä? Du hast doch grad seine Quest erfüllt? Der hat doch gar keine mehr. Wifantail. So heißt der Fisch von der Quest. Ja, hä? Aber du hast doch grad seine Quest erfüllt. Ist doch jetzt wurscht. Ja, da ist ein Helikopter. Ich höre dich nicht mehr. Hä, willst du mich verarschen? Was macht ein Helikopter bei dir? Scheiße. Die Scheinwerfer läuchten auf meinem Fenster. Was laberst du für die Scheiße? Ne, aber da war echt ein Helikopter. Hast du ihn nicht gehört? Ich hab Geräusche gehört. Für mich waren da andere Sachen. Hier ist ein Wüffan. Nur irgendwie ist nur der Wüffan Kopf da. Was war deine Frage jetzt, Dennis? Der Fisch heißt Wifantail. Ja, was prägt denn? Das war doch du die Quest jetzt erledigt hast. Ich dachte, du sagst mir jetzt die nächste Quest, die noch gar nicht da sein kann. Kann ich nicht. Ja, und deswegen hast du mich damit verwirrt. Sorry. Ich hab einen Wüffan gefunden. Und zwar nur den Kopf. Oh, der Bug existiert noch. Anscheinend. Das ist glaube ich ein Multiplayer-Bug. Genauso wie sich die Gegner herumlegen. Und irgendwie kann ich die AP nicht sehen. Oh, er ist gestorben. Ja, und dann. Dann kann er aber irgendwie nur am Kopf treffen. Wenn es nur ein Kopf ist, der nicht angreift. Das ist ein böser Gegner. Nee, ich kann nicht mehr gehen. Ich bin mir doch das Beste, aber meiner Meinung nach ja. Ich bin mir doch das Beste, aber meiner Meinung nach ja. Das war schlimm, aber... Was ist mit Laufen? Ich glaube, was Speed angeht, ist das Einwand das Beste. Voll mit dem Knockback. Warte, wie gefällig ist. Mein Unicorn. Und... Seid vor, dass ich noch ein zweites gefunden habe. Wobei mein so selten Südien auch wieder nicht gehört. Aber den Heller-Rum-Lock ging nach der Zeit. 24, 7. Einer, die sich jeder Gegner bauten. Ich möchte endlich diese blöden Kisten im Dungeon öffnen. Und zwar zwei bestimmte. Ja, wenn du so eine öffnen willst, dann... Geh in ein Biom und farm so viele Gegner wie nur irgend möglich. Ja... Oder geh am besten in einen Punkt, wo sich Biome kreuzen, sodass du gleich zwei Schlüssel auf einmal kriegen kannst. Ich brauche halt leider eine Corruption. Und für alles genug. Hä, für was brauchst du eine Corruption? Für was brauchst du eine Corruption? Für den Schlüssel. Ja, aber warum brauchst du den Corruption-Schlüssel? Weil das ist der erst, den ich haben will. Genau wie die 1. Warum willst du denn genau den haben? Für den Corruption-Schlüssel und den Vampire-Knives. Was möchtest du von dem Krampf? Hä, die Vampire-Knives sind doch Crimson. Crimson? Ja. Na, das macht's einfacher. Das war überhaupt schon. Das ist irgend so ein komischer Schlag, der so wie es wieder guckt hier. Weil ich weiß. Also, keine Ahnung. Das zählt als Other-Weapon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwieweit die funktioniert. Ich weiß nicht mal, was das Jungle-Ding kann. Ich brauche auf jeden Fall Eis. Für die Frosthydra. Die ersetzt dann nämlich diesen lächerlichen Green-Spider-Stuff. Das macht nämlich viermal so viel Schaden. Die Vampire-Knives sind einfach... Wenn ich melee-Tank bin, brauche ich was zum Healen. Überlebt das nicht, wenn die mich fokussen. Döde, Fadlamo. Dafür ist sie aber da. Oh, schon wieder. Oh, es brennt, es brennt. Mein Ofen brennt. Dann sperre ich dich halt ein, wenn du nicht rausgehst. Dein Ofen brennt, was bist du für einer? Scheiße! Auf, scheiße, so labern. Der kann doch nie brennen. Ich bin Master-Cock. Bestellst du dir nie einen Timer, wenn du Essen machst? Oder sowas wie ne... Keine Ahnung, wie hieß das Teil noch mal Eier-Uhr? Oh Dennis, wenn du wüsstest. Der Oten. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warum laberst du dann so ne Scheiße? Weil der brennt, der brennt. Oh nein, Edmund ist gestorben! Oh. Vielleicht sollten wir hier abhauen. Ne, das müssen wir eigentlich nicht. Ja, ich hatte vor ab zu hauen, aber ich brauche noch ein bisschen Death-Veed. Ich hoffe, ich habe das Rezept so weit auswendig. Ich häng mich einfach mal hin. So, mal schauen, ob das reicht. Reicht das? Nein, was braucht man denn noch? Äh, wahrscheinlich braucht man noch irgendwie Vertebrä oder so. Was brauchst du denn? Sachen. Die Sachen machen. Ja, na also. Einfach mal ins Deck. Was hast du vorher? Ähm. Erstmal in ein gewisses Biom gehen. Und zwar in dem, in dem ich schon immer war. Wir haben jetzt Blood Moon, das heißt die Monster-Spawn-Rate wurde nochmal erhöht. Achso, du würdest immer noch gut ziehen. Wenn ich dann noch mit der Wasserkerze und dem Trank rumlaufe, was glaubst du wieviel Gegner da spawnen? Ich brauche noch Platz. So. B. In die Hand damit. Ich find grad cool, wie bislang grad gar kein einziger Gegner da ist. Oh, der Part ist schon zu Ende. Okay, im nächsten Part fahr mich weiter. Da ist schon einer. Tschüss.